Hasenokamaya kommt hier nach vorne und bringt euch die Hand hier an die Hüfte oder über die Hüfte. Wenn ihr damit viel Schwung arbeitet, wird sich dann wackeln. Also ihr habt die Hand beim Bauch und die Hand vorne hin als Kontaktpunkt. Dann merken wir, dass die Hand vorne an der Hüfte ist. Hier ist immer die Schwung. Wechseln. Okay. Ja, wir machen viel Kontakteile. Hier hast du mehr. Wieder wechseln, wieder wechseln. Wechseln, wieder wechseln. Wechseln, wieder wechseln.